Hallo Freunde, willkommen auf Karchenknack zu einer neuen Folge mit dem Titel El Presidentes Großer Plan. Viel Spaß. Zentrale, es ist alles für den Transport bereit. Wir warten auf weitere Instruktionen. Over. Aha, das ist ja alles sehr interessant. Das sollte ich mir am besten nochmal gleich notieren. Das könnte für meinen Plan noch sehr, sehr nützlich sein. Hm, so und das war es dann auch. Das sollte reichen. Mein Plan steht fast vor der Vollendung. Und jetzt beginnt erstmal Phase 2 meines großen Plans. Okay, jeden Moment sollte es soweit sein. Hey, okay, da bin ich schon bereit zum Wechsel. Ah, pünktlich wie immer. Vielen Dank. Aha, was sehe ich denn da? Ganz wie erwartet. Pünktlich um 10.45 Uhr findet hier der Wachwechsel statt. Das muss ich mir natürlich sofort notieren. Mhm, mhm. Ja, okay. Auf zur Phase 3. So, so, die Pandidus-City-Polizei. Da wären wir also. Dann wollen wir doch mal Phase 3 in Kraft treten lassen. Mal sehen, wie unsere Gesetzesüter auf einen Notfallanruf reagieren. Hahaha. Pandidus-Polizei, was kann ich für sie tun? Ein Notfall? Okay, keine Sorge. Ich schicke sofort meine besten Männer raus. Alarm, Alarm. Alle versiegbaren Beamten, bitte sofort zum Einsatz. Alle Mann zu den Autos. Verliert keine Zeit. Wagen Nummer 38 ist bereit. Wagen 12 ebenfalls. S.E.K. Wagen 58 ebenfalls. Los, Leute. Auf zum Einsatz. Stell, 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 stell. Oh, ich bin sogar positiv überrascht. Sie sind noch schneller, als ich gedacht habe. Hm, auch das muss ich mir schnell notieren. Okay, damit ist mein Plan komplett. Na, Leute, wie sieht's aus? Wisst ihr schon, was ich vorhabe? Ich wette nicht. Schreibt doch mal eure Vorschläge in die Kommentare. Ich wette mit euch, ihr kommt nicht drauf, was ich vorhabe. Und wenn ihr der Meinung seid, dass die Polizei mich stoppen sollte, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Ich glaube nämlich nicht, dass die es schaffen wird. Allerdings könnte es für mich gefährlich werden, wenn ihr das Video mit Freunden und Familie teilt. Ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren. Vielleicht bringt das ja was, hm? Ich lasse mich da mal überraschen. Aber nun muss ich noch dafür sorgen, dass mein Plan in Kraft tritt. Dafür ruf ich noch die richtigen Leute an und schon geht's los. Und dafür ruf ich mein Spezialteam zusammen. In Ordnung, Leute. Das wäre also der Plan soweit. Wir wollen die Bank überfallen. Aber die Polizei wird natürlich einen Tipp kriegen. Dieser Plan ist absolut narrensicher. Habt ihr noch Fragen? Hm, also, ja, ich, Boss. Wenn wir der Polizei doch einen Tipp geben, dann schnappt sie uns doch bei der Bank, oder was? Stimmt. Gute Frage, Johnny. Ah, Mann, aber das wäre sicher, dass der Plan auch funktioniert. Mann, oh nein, das ist... Ruhe! Haltet allesamt den Mund! Äh, was machen wir denn, du Boss? Hey! Hey! Du! Hey! 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 Ich habe doch gerade lang und breit erklärt, dass wir die Bank eigentlich gar nicht überfallen wollen. Das ist doch nur ein Trick, Johnny, um die Polizei abzulenken. Aber wenn wir die Bank nicht überfallen, was denn dann? Na, ganz einfach, Johnny! Den Geldtransporter natürlich! Wow! Ah! You're good! You're good! Haha! Wirklich super stark! Während Johnny und ich den Geldtransporter ausrauben, werdet ihr schön die Polizei ablenken. Habt ihr alle verstanden? Alles klar, Boss! Sehr schön, Leute! Dann können wir ja loslegen! Seid ihr alle auf Position? Jawohl, Boss! Ich sitze hier gerade bei der Polizei! Bereit, Boss! Wir warten hier nur auf dein Signal! In Ordnung, Kevin! Dann sorgt mal jetzt für den Fehlalarm! In Ordnung, Boss! Wird sofort gemacht! Ja, hallo! Ich muss einen Bankgrafal melden! Schnell vereinen Sie sich und tun Sie am besten auch das SEK! Pandedo City Polizei! Guten Tag! Was kann ich für Sie tun? Was? Pandedo City Bank wird überfallen? Oh, in Ordnung! Ich schicke sofort ein Team und das SEK los! Alarm! Alarm! Alle Verzifftwaren, Leute! Bitte sofort zum Einsatz! Alle Mann zu den Autos! Verliert keine Zeit! Wagen 38 ist bereit! Wagen Nummer 12 ebenfalls! Ebenfalls! SEK-Wagen 58 ebenfalls! Los, Leute! Auf zum Einsatzort! Schnell, 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 schnell! Wow! Alle weg! Wow! Dann mache ich mal am besten schnell auf den Weg zur Bank! Das SEK ist auch zur Stelle! Keine Sorge! Diesen Banküberfall werden wir verhindern! Gut, dass Sie jetzt da sind! Äh, wie wollen wir denn jetzt vorgehen? Hm, so ein Banküberfall ist natürlich eine heikle Sache! Hm, äh, am besten warten wir erst einmal ab, bis die Räume rauskommen! Ja! Der Plan von El-Präsidenten hat doch tatsächlich geklappt! Die ganze Polizei und das SEK hat sich hier an der Bank versammelt! Das werde ich erst mal El-Präsidenten sagen! Boss, es ist soweit! Super Arbeit, Kevin! Das läuft ja alles wie am Schnürschuh! Johnny, wie sieht's aus? Ist der Geldtransporter schon in Sicht? Juh, Boss! Sie sind gleich da! Super Arbeit, Johnny! Dann löst die Explosion aus! Aber mit Vergnügen! Und jetzt heißt es warten! Ah, da kommt er! Ah, was war das denn? Haha, wunderbar! Jungs, Zeitfeuer im Einsatz! Haha, in Ordnung, wird gemacht! Komm, wir müssen! Jawohl! Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, jetzt kommen wir aber wirklich zu spät! Hahaha, wir haben euer Gold! Hey, Mensch, das kannst du doch nicht machen! Mensch, Jochen, komm raus da und hilf mir! Bin ja schon da, Chef! Schnell, wir müssen den hinterher und das Gold wieder zurückholen! Jawohl, ich komme! So, da sind wir! Und was machen wir nun, Boss? Na, ganz einfach! Wir knacken das Ding! Ah, das wird's gewesen sein! Wow, so viel Gold! Dann lass mal schnell das ausrollen! Hm, irgendwas stimmt doch hier nicht! Wir warten jetzt schon eine ganze Weile! Sind Sie sicher, ob da überhaupt welche drin sind? Hm? Naja, also, wir müssen auf jeden Fall sicher gehen, dass hier wirklich keiner verletzt wird! Ja, aber ob das jetzt so lange gut gehen wird, bezweifle ich! Oh Mann! Haha, die warten ja immer noch! Hm, am besten, ich verkrümel mich jetzt mal so langsam! Und am besten, ich lege auch noch eine falsche Fährte! Das ist genial! Der Präsident wird stolz auf mich sein! Oh oh! Das klang jetzt nicht gut! Hoffentlich hat das keiner gemerkt! Habt ihr das gehört? Was war das für ein Knacken? Ähm... Was? Moment mal! Das ist... Das ist... Das ist doch Kevin! Aber das bedeutet ja... Das ist eine Falle! Los Leute, sofort in die Wagen! Wir müssen ihn unbedingt schnappen! Jawohl, Hauptkommissar Räuber Schreck! Oh Mist! Ich bin erwischt worden! Oh, jetzt aber schnell auf mein Skateboard! Und dann weg hier! Schneller, schneller! Hinterher! Lass sie nicht gekommen! Dich kriegen wir, Kevin! Oh Mann, das ist ja schwerer als ich dachte! Boss, Boss! Kevin! Was warst du denn hier? Solltest du nicht ein Auge auf die Polizei haben? Hab ich doch, Boss! Nur die Bullen haben mich erwischt! Und sie haben Lunte gerochen! Ich bin schnell hergekommen, um mich zu warnen! Was? Sie haben mich erwischt! Und jetzt bringst du sie einfach hier? Oh, Kevin! Oh Mist! Stehen geblieben! Hier ist die Polizei! Tja, Herr Präsidentin! So leicht kannst du die Polizei von Bandido City nicht austricksen! Im Naches Gesetzes bist du hiermit verhaftet! Ich denke ja nicht, Toni! Glücklicherweise habe ich immer einen Plan B! Hey, es ist schiefgelaufen, Lukas! Wir abholen! Toni, Toni! Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht! Aber da hast du auch schon meine Endfahrgelegenheit! Und auf Wiedersehen! Hey, aber Boss! Du kannst uns doch hier nicht so alleine lassen! Also Toni, bis zum nächsten Mal! Oh nein! Der Präsident ist schon wieder entkommen! Oh Mist, was mache ich denn da nur? Was glaubt ihr? Was wird der Präsident als nächstes planen? Wenn wir ihn dabei kriegen, schreibt es doch mal in die Kommentare! Ich bin gespannt von euch zu lesen! Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen! Hm? Oder teilt das Video mit Freunden und Familie! Wäre auch sehr, sehr cool! Oder ihr abonniert den Kanal! Einfach hier oben auf die Ecke klicken und kein Video mehr verpassen! Oder ihr schaut euch noch eins der anderen Folgen an! Bis zum nächsten Mal! Ciao, tschüss! Auf Wiedersehen! Dies ist Biosyang! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020